Hallo lieber Wassermann, herzlich willkommen bei Inbalst Hero. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was in den nächsten 14 Tagen auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendemzeichen, okay? Okay, schauen wir mal, für Wassermann bitte, was kommt in den nächsten 14 Tagen ab heute auf Wassermann zu, bitte? Königin der Münzen, Hausarbeit, Hausarbeit, Hausarbeiten hier, siehst du das Häschen hier? Es ist kein Wunder, dass die Königin der Münzen sich momentan vermehrt zeigt, es ist das Häschen hier, ja, von der Osterzeit, die jetzt naht. Könnte es sein, Wassermann, dass du dieses Jahr zum ersten Mal Frühjahrsputz planst? Ja, dass du dieses Jahr dein erstes Frühlingsputz, Frühjahrsputz durchführen wirst. Mit Königin der Münzen sehe ich auch, dass sich dein Fokus auf deine Wohnung sehr richtet momentan. Vorher hast du dich nicht so sehr damit befasst, was für eine Aura, was für eine Umgebung da du zu Hause hast. Und jetzt ist es dir irgendwie wichtiger. Ich sehe dich mit Feng Shui beschäftigen, ich sehe dich deine Möbel mal genau anschauen. Hey, warte mal, ist das überhaupt massiv, oder ist da Plastik drin, oder? Ja, beschäftigst du dich mehr mit dem, was da mit dir oder direkt mit dir in Berührung kommt im Alltag? Ist eine ziemlich häustige Karte. Ich sehe dich jetzt verglichen mit den anderen Frühlingssaisons, sehe ich dich hier sehr viel Zeit drinnen verbringen. Ja, und da ist es dann kein Wunder, wenn du sagst, ich will da ein bisschen mehr Grün zu Hause haben. Weil vorher gingst du raus und hattest Bäume, hattest Pflanzen da draußen und jetzt möchtest du oder schauen, dass du auch zu Hause dich wohlfühlen kannst. Okay. Beruflich habe ich den Eindruck, dass du hier der Meinung bist, dass eine Beförderung, eine Lohnerhöhung längst überfällig ist. Okay, okay. Also du hast den Eindruck, dass du hier so langsam überqualifiziert bist, Wassermann. Und hier ein Goodie, ein Entgegenkommen von der Firma absolut überfällig ist. Okay, okay. Bei jenen, die selbstständig sind, ja, Unternehmerinnen und Unternehmer, ja, die den Eindruck haben, dass sie nicht das bekommen, was sie hineinstecken. Ja, falls du dir sagst, hey, Kopfkönig in der Münze, ich habe jetzt die Firma aufgebaut, es ist etabliert und getan und gemacht, aber es kommt nicht, oder der entsprechende Ertrag kommt nicht rein, dann liegt das daran, dass du nicht all deine Talente einsetzt. Du setzt noch nicht all deine Talente ein. Ich höre, du sollst googeln, welche Geschäftsbereiche es in einem Unternehmen gibt und dann all diese Geschäftsbereiche mal abklappern. Ich tippe drauf, dass wenn du da das Thema Personalwesen anschaust, dann sehen wirst, dass du die gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf Ferien, ja, überhaupt nicht einhältst. Es gibt einen Grund dafür, dass es da gewisse Vorgaben gibt, ja, im Arbeitnehmergesetz, Arbeitgebergesetz. In Bezug auf Ferien, da hast du vielleicht oder momentan gar nicht mehr den Kopf frei, hast gar nicht mehr die Energie, um da 100% zu geben, weil du seit zwei Jahren keine Ferien mehr gemacht hast. Vielleicht solltest du die Buchhaltung mal genauer anschauen. Vielleicht gibt es für Software, die du kaufen möchtest, schon längst S-A-A-S, SAS-Lösungen, S-A-A-S. Stefan, Anton, Anton, Stefan. Gib das ein bei Google, sodass du nicht deine Software kaufen musst, sondern es abonnieren kannst, sozusagen. Also du solltest da mal schauen, was ein Unternehmen für Bereiche hat und all diese Bereiche, faktisch vorgehen und all diese Bereiche mal anschauen. All diese Bereiche kannst du ohne Probleme bewältigen. Du hast die Talente dafür, aber eben da gibt es gewisse Dinge, die du da noch nicht ganz, hast du Social Media zum Beispiel? Warum nicht? Warum hat dein Unternehmen kein Social Media? Wir verlegen Rohre, musst du trotzdem haben. Social Media musst, also schau da mal, was faktisch alles nötig ist. Und ich habe den Eindruck, da gibt es zwei Punkte, wo du nachholen musst, okay? Gut. Nein, der steht. Da hat jemand Angst vor dir. Jemand hier hat den Eindruck, dass er, sie, dir niemals genügen kann, dass er, sie, hier, dir gegenüber stets ein Bettler bleiben wird. Bettler, Bettlerin, ja. Ich werde immer, siehst du hier wortwörtlich Wassermann hinterher hinken, okay? Ich werde immer eine Nummer kleiner sein als Wassermann. Und das soll, siehst du hier diese Figur hier zum Fenster raufschauen. Wassermann wird mich niemals in sein, ihr Club reinlassen. Ich werde nie zum Umfeld von Wassermann gehören. Wassermann wird mich nie als Teil, als seines, ihres Lebens sehen und mich sozusagen eben hier reinlassen. Wassermann, okay, sind Hypothesen, also sind lauter oder Annahmen, die dieser Mensch hier in Bezug auf dich hat, was der Mann ist, ist halt schon ziemlich imponiert davon, wie und wo du im Leben stehst, okay? Man weiß denn, hier sind weiblich und hier habe ich mit neun der Stäbe eine Person, die so ein bisschen, wie nennt man das, eingeschüchtert ist, ja, eingeschüchtert. Nimm dir dein Erfolg, deine Stabilität eher als Bedrohung wahr, als ein Plus. Ritter der Stäbe will dich durch Sexiness überzeugen. Sex sells, also dieser Mensch sagt sich hier, wenn ich Wassermann schon nicht mit meinen Qualitäten in Bezug auf Stabilität, in Bezug auf Bildung, in Bezug auf Erfolg, beruflichen Erfolg überzeugen kann, Wenn ich Wassermann schon nicht mit meiner Wohnung überzeugen kann, dann kann ich Wassermann, kann ich diese Königin der Münzen ohne Probleme mit meiner Sexiness da überzeugen. Da wird Wassermann, da wird diese Königin der Münzen hier nicht widerstehen können. Sex der Kirche hier. Wassermann, dieser Mensch hat hier vor, Kontakt mit dir herzustellen in den nächsten zwei Wochen, um dann oder dich mit seinem Sexiness überzeugen zu können. Okay, 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 liebe Leute, wir sind unter uns, ich kenne dein Gesicht nicht, ich kenne dein Gesicht nicht, ich kenne dein Gesicht nicht, du kennst mein Gesicht nicht, wir kennen einander nicht, reden wir mal offen hier. Ich habe den Eindruck, dass das Thema Sex dir sehr fern ist. Es ist schon lange her. Es bräuchte hier einiges, um, nicht ein, nein, 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 sorry, ich muss jetzt hier, es geht hier nicht darum, dass du hier mit dem Eremiten geil gemacht werden musst, es geht hier darum, dass, ich habe den Eindruck, dass du hier mit dem Eremiten sexuell einen Punkt erreicht hast, wo du nach dem Meer fragst. Sex, so wie wir sie kennen, hattest du. Und, und was ist jetzt? Und du bist hier mit dem Eremiten, bist du an einem Punkt, wo du dich zum Beispiel für Tantra interessierst, irgendwelche Bücher oder so über Kamasutra liest, aber, ne, selber ausführen tust du es auch nicht. Ich sehe dich hier ziemlich dem Thema fern, auch physisch. Du beschäftigst dich mit Sex eher auf philosophische Weise momentan. Du suchst das, was über den Körper hinausgeht, weil du sagst, das Körperliche, das habe ich erlebt. Und man kann dich hier nicht mehr groß mit Sixpack geil machen oder mit einem Minirock geil machen. Das hast du alles schon erlebt. Es geht hier um das, was danach, oder, was gibt es darüber hinaus? Was kann man sonst noch über die Verbindung der Körper sonst noch erleben, sonst noch fühlen? Also ich sehe dich hier, das Thema, also ziemlich unsexy, was man, oder? Ziemlich unsexy, auf eine philosophische Art und Weise beobachten. Und deswegen, oder wird das hier am Anfang nicht hinhauen, ja, mit diesem, schau mal, wie geil ich bin. Ich page der Kirche. Du wirst diesem Menschen bei dieser Kontaktaufnahme freundlich distanziert begegnen. Ja. Freundlich distanziert. Weil das hier, oder? Man sieht es hier an diesem Licht, das du in Richtung Vergangenheit zeigst. Erlebt hast du schon. Hattest du schon. Du warst mal Ritter der Stäbe, das Gegenüber war mal Ritter der Stäbe, ja, mit anderen Leuten in der Vergangenheit. Aber been there, done that. Ich habe es gesehen, ich habe es erlebt. Was gibt es mehr? Was ist so das? Der Wagen hier. Hier habe ich die hohe Priesterin. Okay. Für dich stehen dann hier vorerst, ah, noch zur Info, noch zur Info. In den ersten zwölf Stunden wird dir im Warenkorb 50% von der Fortsetzung abgezogen, vom Preis. Ja. In den ersten zwölf Stunden. Falls du das im Warenkorb dann nicht mehr siehst, diesen Rabatt, dann sind die zwölf Stunden abgelaufen. Okay? Hast einen Early-Bird-Rabatt bei dieser Lego. Wassermann, vorerst wird es bei dir mit der Königin der Münzen und der Wagenkarte hier unglaubliche Veränderungen im beruflichen Bereich geben. Und es könnte sogar auch sein, dass du, oder ich habe ja hier ganz am Anfang erklärt, dass du hier mit deiner Wohnung beschäftigt bist. Ja, dich mehr darauf konzentrierst, worin du eigentlich lebst. Es könnte sogar sein, dass du dich hier zu einem Umzug entschliesst. Der Wagen hier. Es kommen hier berufliche und auch wohnungsrelevante, wohnrelevante Veränderungen auf dich zu, die hier dann zu einer sehr großen Entwicklung führen werden. Gut, das war jetzt doppelt. Aber verstehst du, was ich meine? Es kommt hier einiges in Bewegung mit dem Wagen und du wirst dann sehr darauf konzentriert sein. Also nicht nur, dass du dem Thema Sex, wie wir es kennen, sehr fern bist. Wie wir ihn kennen, sehr fern bist. Du kommst hier auch dem Thema Dating ferner. Du entfernst dich auch von diesem Thema umso mehr. Weil du konzentrierst dich hier in den nächsten 14 Tagen vor allem auf eine Veränderung, die hier plötzlich eintreten wird bei dir. Wir werden es jetzt sehen. Mit der Hohepriesterin sehe ich hier auch, dass du heraus spürst, dass da etwas in deinem Leben entsteht, etwas Großes in deinem Leben entsteht und du dich unbedingt jetzt zentrieren musst und dich konzentrieren musst. Wir haben hier dunkel, dunkel, hell, hell. Und auch hier so dieser fokussierte Blick in Richtung Zukunft. Dafür steht auch diese Zentrierung der Hohepriesterin. Also ablenken lassen wirst du dich hier nicht. Das definitiv nicht. Nur springt dieser Mensch hier auf und ab und möchte deine Aufmerksamkeit bekommen. Mal schauen, was hier genau passieren wird. Warte mal, ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was das Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Entschuldigung. Das ist der Beweis dafür, dass ich echt bin. Sorry. Nee, kam aus meinem Mund. Hör auf. Ich habe vor Colo Zero getrunken. Sorry. Diese Zeitkarten hier werde ich, schau, Wassermann steht hier auch schon. Diese Zeitkarten hier werde ich für jene, die hier keinen Kontakt haben, fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Die werden uns dann Zeitangaben machen. Okay. Den Link zur Fortsetzung Wassermann findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.